Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem 9. August 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1057. Für mich zumindest heute schon zum zweiten Mal. Denn das Endresultat der ersten Aufnahme hat sich nicht rausgespielt. Aber ja, heutige Themen sind Spotify, dann haben wir Honor, dann haben wir Google, dann haben wir Apple Arcade und Epic Game Store. Ich beginne gleich mit Spotify. Die motten ja gerne und möchten am liebsten auch vor Gericht gehen. Unter anderem vor allem mit Apple, weil die ja so böse sind und sie nicht irgendwie überall mitspielen lassen wollen. Ja, deshalb aber sind sie dennoch nicht so fähig, ihre Dienste auch auf alle Plattformen zu bringen. Auf die Apple Watch, das hat ja lange gedauert. Irgendwann im Frühjahr diesen Jahres kam es endlich. Dann hat man auch irgendwann mal ganz viele Male den HomePod angekündigt. Im Juni hieß es dann, ja, wir sind quasi da. Ja, sind sie jetzt doch nicht, denn man hat herausgefunden, man hat Probleme mit der Airplay 2-Integration in den eigenen Dienst. Und somit legt man das Ganze jetzt halt einfach mal aufs Eis. Ja, ich kann nicht mehr wirklich Mitleid haben mit ihnen. Bin aber auch vorbelastet. Bin ja schliesslich Podcaster. Und somit, ja, lassen wir das Thema. US-Politiker, und zwar die Republikaner, fordern, dass Honor auch auf die schwarze Liste kommt der Regierung und somit wie auch Huawei und andere Geräte von einem Import- und Exportgeschäft sanktioniert wird. Das heisst, man hat jetzt herausgefunden, dass Huawei nur sich geteilt hat von Huawei, dass sich Honor nur von Huawei abgespalten hat, so rum, um eben dem Dings aus dem Weg zu kommen, den Sanktionen aus dem Weg zu kommen. Deshalb möchte man die jetzt auch auf der Liste sehen. Ob das jetzt nur ein kleines Aufbäumen und ein Sommerloch-Thema ist oder ob da wirklich was dran ist, das nehme ich an, werden wir in den nächsten Wochen, Monaten sehen, wenn denn da was passiert in der Richtung. In der letzten Woche, wenn ich richtig im Kopf bin, habe ich euch ja schon mal vom neuen Google-Smartphone, was im Herbst kommen will, mit diesem Soft-Launch berichtet. Jetzt ist herausgekommen, dass der Tensor-SOC, also der Betrieb der CPU, die Speicherer, genau, der, ja genau, hilf mir doch kurz, der SOC, genau, dass der gar nicht so eine eigene Entwicklung ist, wie es zum Beispiel bei Apple ist, wo man ja alles selber zusammenklöppelt und designt etc., das soll anscheinend in Zusammenarbeit mit Samsung und ihren Exynos-Chips passiert sein. Wem das nicht sagt, das sind die Samsung-eigenen Chips, die sie in ihren Wearables und teilweise auch in den Smartphones verbauen. Wir dürfen gespannt sein und vor allem dann eben auch auf die Foo, welche Google noch oben drauf liegt, weil eigentlich haben sie es ja mit diesen Kamerageschichten ziemlich dicke. Das Pixel war ja ganz lange immer mit vorne dabei. Mal schauen, ob sie es jetzt wieder schaffen werden, unter anderem wegen dem Chip-Logeweise. Apple Arcade, am Anfang belächelt, mit über 100 Spielen gestartet oder knapp über 100 Spielen gestartet und dann kamen Woche für Woche und teilweise alle zwei Wochen mal so zwei, drei, eins oder ähnlich neue Spiele mit dazu. Im letzten Wochen, genauer gesagt am letzten Freitag, ist zum Beispiel Super Stickman Golf 3 dazugekommen. Dann ist auch Monster Hunter Series und Super Leap Day dazugekommen. Mit diesen drei Spielen hat Apple die 200er Marke überschritten und somit bekommt ihr für sehr wenig Geld pro Monat oder einmal komplettisiert pro Jahr sehr, sehr viele Spiele geboten, die ihr dann schlussendlich auf all den möglichen Geräten spielen könnt, die Apple so anbietet, mit allen möglichen Eingabegeräten, wie diesen Sony-Playstation-Dingen oder die von Microsoft etc. Sehr spannendes Angebot. Meines geht noch bis Ende Mitte September, glaube ich. Ich müsse mal irgendwie Zeit finden, um da ein bisschen reinzuspielen. Aber eben, Zeit ist so ein Ding. Ums Spielen geht es jetzt auch bei Epic. Epic, die sind ja im Streit mit Apple und auch mit Google, weil sie da aus dem Store gefallen sind, weil sie auch beschissen haben, also gegen die Regeln verstoßen haben. Und ja, was ist da jetzt passiert? Man hat Gerichtsunterlagen entdeckt oder die sind aufgekommen, man konnte sie einsehen, zuerst geschwärzt und dann mussten sie per Gericht komplett freigegeben werden. Und da stand dann eben drauf, dass anscheinend Google in voller Absicht war, Epic aufzukaufen. Und zwar, um das Ganze im Keim zu ersticken. Hat nicht geklappt, wie wir heute wissen. Ist auch nicht allzu ausgereift und weiter durch die ganzen Instanzen durchgegangen. Denn anscheinend hat dies der Epic-Chef erst vor Gericht wirklich mitbekommen, wenn dann dann so sei. Auf jeden Fall hat es, wie gesagt, nicht geklappt. Witzig oder interessant an der Geschichte ist auch, dass ein Google-Mitarbeiter damals gesagt hat, dass ja Side-Loading grundsätzlich möglich sei, man es aber nicht unbedingt tun sollte, weil es eine eher miserable Erfahrung sei für den Kunden. Ja, kann man auch so sagen. Unschön, aber eben für die Masse ist Side-Load definitiv nicht gemacht. Jetzt dürfen wir sehen, wie das Ganze ausgeht. Das geht ja sicherlich noch ein Weilchen. Wir werden euch am Laufenden halten. Und dann würde ich sagen, euch noch einen schönen und erfolgreichen Start in diese Woche. Und wenn ihr hört und wenn ihr mögt, gerne nächste Woche wieder. Bis bald, euer Pukipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.